Die Herausforderung von Retinol-Kosmetik ist einfach erklärt. Je höher die Retinol-Konzentration im Produkt, desto schneller und deutlicher ist der Verjüngungseffekt. Doch mit hoher Konzentration reagiert die Hautoberfläche meist irgendwann irritiert. Worauf es also beim Retinol ankommt, ist, dass Retinol genug in die Tiefe gelangt und weniger an der Hautoberfläche verbleibt. Weil Retinole nur auf der Hautoberfläche irritierend wirken, in der Tiefe aber nicht, gibt die TEC-Mi-Tiefentechnologie die Lösung. Die Retinol-Moleküle werden von ihrer Wirkung an der Hautoberfläche abgehalten und setzen sich erst in der Tiefe der Haut frei, dort wo sie den gewünschten Effekt haben. So ist nicht nur das Problem der Reizung gebannt, es kommt ganz nebenbei auch wesentlich mehr vom Wirkstoff in der unteren Haut an. Macht die Dr. Mi Retinol-Erfahrung.